Oh, ho, 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 ho. Oh, hallo. Oh, hallo. Opa. Das ist doch... Bist du es jetzt? Bei denn sonst, bist du blind Opa? Die Truppen des Imperiums haben das Siegel des Windes gebrochen. Dabei haben sie mich so gut gelendet, dass es ganz doof ist. Ermordet worden? Nein. Es kommt schon ganz doof. Hoffentlich, aber ich weiß es nicht. Ach Opa. Schon gut, Aids. Schon gut. Aids. Was auch geschieht, die Kobolde sind ein Teil des Mannes. Weder der Mannerdrache noch andere Monster können uns etwas anhalten. Allerdings, wenn Manner verschwindet, dann verschwinden auch wir. Keine Sorge, Opa. Meine Freunde und ich werden das Regen. Stimmt, Herr Opa. Ich würde euch ja gerne helfen, aber ich bin alt und blind. Aber Elektra, die gute Patronin des Windes, wird euch helfen können. Ihr ruft, Alter? Diese drei sind jetzt deine Mast. Moist das sein? Der Elektra schießt sich an. Blablabla. 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 Blablablabla. 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 Blablabla. 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 Ja, um, der, um, okay, yeah, oh, okay, 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 okay jetzt wird jeder der Zauber. Es tut mir leid, Leute, ich guck nicht hin. Okay. Aua. Jetzt geht es gleich aber, die Opschalter muss man mal gern wenden. Ich kann die nicht umgehen irgendwie. Das tut mir echt leid. Das... Das geht nicht anders. Ich hab das Spiel nicht gemacht. Ich kann da nichts dran ändern. Oi. Hoppa. Okay, wie geht's? Wie geht's? Nein! Boah, lass dich doch einfach so beißen für den Misten. Ich hab das Waffenland, das ist geschehen, Geschwetter. Ich bin getrei. Da achte ich gar nicht mehr so drauf. Die Waffenland, die sind eigentlich total schnubbeln, ja egal. Aber... Die sind bestrengend viel schön, wenn ich's mitkrieg und so. Es ist unheimlich, die steigen gar nicht mehr auf die Waffe hier. Ich glaub, ich hab's zu hoch gebaut. Boah, Nebel-Valkan kann ich wieder geil trainieren, da brauche ich mich auch nicht drauf weiter. Oder in diesem Frost-Kristall-Wald-Dings-Rumster. Naja. Weiter gucken. Ja, vermischen. Ja. Ich hab das rausgenommen. Ich hab das rausgeholt. Ich hab das rausgeholt, denn ich bin daheIM. Ich hab weiß nicht, dass ich alleine kenne. Ich hab das rausgeholt, ich hab das rausgeholt. Ich hab das rausgeholtzt. erst mal einkaufen gehen ich kann nicht helfen oh, du kannst uns nicht schenken das wird fein ok machen wir aber auch mal Teile los ich mache fest, wenn sie fest ok Bäm, ok ok, die Sachen hier waren nicht schlecht ok 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 Willkommen in Toads, ähm, Days das Mario-Priegs Königreich der Eichmann ok manche sind noch aus wie Toad, ne egal krank ok 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 HALT! Das Mahnerland! Er hält dritte das Lego dann. Die bestellt von dem dieses Lied erzählt ganz sicher. Gerade gestern sah jemand einen weißen Drachen, der mit einer Natter kämpfte. Wir haben den Ausgangsrecht zum Erdgeschoss, um zur Hölle des Drachen zu kommen. Palast? Ich weiß, wer der ist. Doch findet er erst den Drachen in der Höhe. Und dann erzählt ich euch, wie ihr zum Palast kommt. Oh, und noch etwas. Oben habe ich etwas für euch. Okay, dann nehmen wir uns das mal. Oder? Ja, okay. Er hat mich nicht beschissen. Sperr-Ohr. Okay, dafür brauche ich jetzt nicht zu Betty gehen und könnte ich machen, nachdem ich es nicht so weit bekommen habe. Weil das lohnt sich jetzt am Schluss. Das hier ist lustig, Leute. Fällt dann auf mich nicht vorbei. Naja, hallo Leute. Hier bei uns ist ganz billig. Ähm, jetzt zurück. Ja. Ja, das ist echt so gemacht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich mir nach kurz 50 km bitte bleiben? Ja. Ja. Unbedingt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. die 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 Jetzt plötzlich, wenn ich mich beschwere, dann funktioniert es komischerweise. Natürlich. Kann man doch drauf gehen. Oh. Ah, pittet. die wir haben schon lange ist man mal gescheite Treffer hier randet so, hey 23 endlich mal wieder in den Lammel gestiegen Oh, ja. Oh, das ist gut. Ups, achso, da wird noch was dabei. Okay. Ja, wie kutscht mich an? Habt ihr erreicht, Limit 73? Aber nicht schlecht. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Oh, da geht's nicht lang. So. Oh, da bin ich tot. Oh, da geht's aber. Uuuuuh. Okay. Okay. Okay, fully gegründet.